Hallo ihr Lieben da draußen an den Monitoren und an den Handys. Wie soll ein Mensch das ertragen? Habt viel Spaß. Ich stell dich vor meine Mitte. Leg dich in jede Figur. Werf dich in jedem meiner Schritte. Ich tanze für dich, wohin du willst. Ich geh rüber ans Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Hab so oft bei schweren Gewittern in deine Hände geweint. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen? Ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Stell dich vor meine Mitte. Leg dich in jede Figur. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich führe dich, wohin du willst. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen? Ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Zusehen 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 zu sehen Könnt ich einen einzigen Tag nur in meinem Leben dir gefallen und dann ein einziges Mal nun in deine Arme zu fallen 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 wie soll ein Mensch das ertragen dich alle Tage zu sehen ohne es einmal zu wagen dir in die Augen zu sehen zu sehen zu sehen zu sehen zu see zu sehen zu sehen. Ja, wie soll ein Mensch das Ertragen. Hab vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Lieben, Tschüssi.